Neuntes Hauptstück. Der Mensch mit sich allein. Feinde der Wahrheit. Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. Verkehrte Welt. Man kritisiert einen Denker schärfer, wenn er einen uns unangenehmen Satz hinstellt. Und doch wäre es vernünftiger, dies zu tun, wenn sein Satz uns angenehm ist. Charaktervoll. Charaktervoll erscheint ein Mensch weit häufiger, weil er immer seinem Temperament, als weil er immer seinen Prinzipien folgt. Das eine, was Not tut. Eins muss man haben, entweder einen von Natur leichten Sinn oder einen durch Kunst und Wissen erleichterten Sinn. Die Leidenschaft für Sachen. Wer seine Leidenschaft auf Sachen, Wissenschaften, Staatswohl, Kulturinteressen, Künste richtet, entzieht seiner Leidenschaft für Personen viel Feuer. Selbst wenn sie Vertreter jener Sachen sind, wie Staatsmänner, Philosophen, Künstler, Vertreter ihrer Schöpfungen sind. Die Ruhe in der Tat. Wie ein Wasserfall im Sturz langsamer und schwebender wird, so pflegt der große Mensch der Tat, mit mehr Ruhe zu handeln, als seine stürmische Begierde vor der Tat es erwarten ließ. Nicht zu tief. Personen, welche eine Sache in aller Tiefe erfassen, bleiben ihr selten auf immer treu. Sie haben eben die Tiefe ans Licht gebracht. Da gibt es immer viel Schlimmes zu sehen. Wahn der Idealisten. Alle Idealisten bilden sich ein, die Sachen, welchen sie dienen, seien wesentlich besser als die anderen Sachen in der Welt und wollen nicht glauben, dass, wenn ihre Sache überhaupt gedeihen soll, sie genau desselben übel riechenden Düngers bedarf, welchen alle anderen menschlichen Unternehmungen nötig haben. Selbstbeobachtung Der Mensch ist gegen sich selbst, gegen Auskundschaftung und Belagerung durch sich selber, sehr gut verteidigt. Er vermag gewöhnlich nicht mehr von sich, als seine Außenwerke wahrzunehmen. Die eigentliche Festung ist ihm unzugänglich, selbst unsichtbar. Es sei denn, dass Freunde und Feinde die Verräter machen und ihn selber auf geheimem Wege hineinführen. Der richtige Beruf Männer halten selten einen Beruf aus, von dem sie nicht glauben oder sich einreden. Er sei im Grunde wichtiger als alle anderen. Ebenso geht es Frauen mit ihren Liebhabern. Adel der Gesinnung Der Adel der Gesinnung besteht zu einem großen Teil aus Gutmütigkeit und Mangel an Misstrauen und enthält also gerade das, worüber sich die gewinnsüchtigen und erfolgreichen Menschen so gern mit Überlegenheit und Spott ergehen. Ziele und Wege Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel. Das Empörende an einer individuellen Lebensart Alle sehr individuellen Maßregeln des Lebens bringen die Menschen gegen den, der sie ergreift, auf. Sie fühlen sich durch die außergewöhnliche Behandlung, welche jener in sich angedeihen lässt, erniedrigt. Als gewöhnliche Wesen Vorrecht der Größe Es ist das Vorrecht der Größe, mit geringen Gaben hoch zu beglücken. Unwillkürlich vornehmen Der Mensch beträgt sich unwillkürlich vornehmen, wenn er sich gewöhnt hat, von den Menschen nichts zu wollen und ihnen immer zu geben. Bedingung des Heroentums Wenn einer zum Helden werden will, so muss die Schlange vorher zum Drachen geworden sein, sonst fehlt ihm sein rechter Feind. Freund Mit Freude, nicht mit Leiden, mach den Freund. Ebbe und Flut zu benutzen Man muss zum Zwecke der Erkenntnis, jene innere Strömung zu benutzen wissen, Welche uns zu einer Sache hinzieht und wiederum jene, welche uns nach einer Zeit von der Sache fortzieht. Freude an sich Freude an der Sache, so sagt man, aber in Wahrheit ist es die Freude an sich vermittels einer Sache. Wer gegen Personen bescheiden ist, zeigt gegen Sachen, Staat, Gesellschaft, Zeit, Menschheit, umso stärker seine Anmaßung. Das ist seine Rache. Neid und Eifersucht Neid und Eifersucht sind die Schamteile der menschlichen Seele. Die Vergleichung kann vielleicht fortgesetzt werden. Der vornehmste Heuchler Gar nicht von sich zu reden, ist eine sehr vornehme Heuchelei. Verdruss Der Verdruss ist eine körperliche Krankheit, welche keineswegs dadurch schon gehoben ist, dass die Veranlassung zum Verdrusse hinterdrein beseitigt wird. Vertreter der Wahrheit Nicht, wenn es gefährlich ist, die Wahrheit zu sagen, findet sie am seltensten Vertreter, sondern wenn es langweilig ist. Beschwerlicher noch als Feinde Die Personen, von deren sympathischem Verhalten wir unter allen Umständen überzeugt sind, Wenn es uns irgendein Grund, zum Beispiel Dankbarkeit, verpflichtet, den Anschein der unbedingten Sympathie unsererseits aufrechtzuerhalten, quälen unsere Fantasie viel mehr als unsere Feinde. Die freie Natur Wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat. Jeder in seiner Sache überlegen In zivilisierten Verhältnissen fühlt sich jeder jedem anderen in einer Sache wenigstens überlegen. Darauf beruht das allgemeine Wohlwollen, insofern jeder eine ist, der unter Umständen helfen kann und deshalb sich ohne Scham helfen lassen darf. Trostgründe Bei einem Todesfall braucht man zumeist Trostgründe, nicht sowohl um die Gewalt des Schmerzes zu lindern, als es zu entschuldigen, dass man sich so leicht getröstet fühlt. Die Überzeugungstreuen Wer viel zu tun hat, behält seine allgemeinen Ansichten und Standpunkte fast unverändert bei. Ebenso jeder, der im Dienst einer Idee arbeitet. Er wird die Idee selber nie mehr prüfen, dazu hat er keine Zeit mehr. Ja, es geht gegen sein Interesse, sie überhaupt noch diskutierbar zu halten. Moralität und Quantität Die höhere Moralität des einen Menschen im Vergleich zu der eines anderen liegt oft nur darin, dass die Ziele quantitativ größer sind. Jenen zieht die Beschäftigung mit dem Kleinen im engen Kreise nieder. Das Leben als Ertrag des Lebens Der Mensch mag sich noch so weit mit seiner Erkenntnis ausrecken, sich selber noch so objektiv vorkommen. Zuletzt trägt er doch nichts davon als seine eigene Biografie. Die ehrene Notwendigkeit Die ehrene Notwendigkeit ist ein Ding, von dem die Menschen im Verlauf der Geschichte einsehen, dass es weder ehren noch notwendig ist. Aus der Erfahrung Die Unvernunft einer Sache ist kein Grund gegen ihr Dasein, vielmehr eine Bedingung desselben. Aus der Erfahrung Die Unvernunft einer Sache ist kein Grund gegen ihr Dasein, vielmehr eine Bedingung desselben. Wahrheit Niemand stirbt jetzt an tödlichen Wahrheiten. Es gibt zu viele Gegengifte. Grundeinsicht Es gibt keine prästabilierte Harmonie zwischen der Förderung der Wahrheit und dem Wohle der Menschheit. Menschenlos Wer tiefer denkt, weiß, dass er immer Unrecht hat, er mag handeln und urteilen, wie er will. Wahrheit als Zirs Der Irrtum hat aus Tieren Menschen gemacht. Sollte die Wahrheit imstande sein, aus dem Menschen wieder ein Tier zu machen? Nein, Gefahr unserer Kultur Wir gehören einer Zeit an, deren Kultur in Gefahr ist, an den Mitteln der Kultur zugrunde zu gehen. Größe heißt Richtung geben. Kein Strom ist durch sich selber groß und reich, sondern dass er so viele Nebenflüsse aufnimmt und fortführt, das macht ihn dazu. So steht es auch mit allen Größen des Geistes. Nur darauf kommt es an, dass einer die Richtung angibt, welche dann so viele Zuflüsse folgen müssen. Nicht darauf, ob er von Anbeginn arm oder reich begabt ist. Schwaches Gewissen Menschen, Menschen, welche von ihrer Bedeutung für die Menschheit sprechen, haben in Bezug auf gemeine bürgerliche Rechtlichkeit im Verhalten von Verträgen, Versprechungen, ein schwaches Gewissen. Geliebt sein wollen Die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte der Anmaßungen. Menschenverachtung Das unzweideutigste Anzeichen von einer Geringschätzung der Menschen ist dies, dass man jedermann nur als Mittel zu seinem Zwecke oder gar nicht gelten lässt. Anhänger aus Widerspruch Wer die Menschen zur Raserei gegen sich gebracht hat, hat sich immer auch eine Partei zu seinen Gunsten erworben. Erlebnisse vergessen Wer viel denkt, und zwar sachlich denkt, vergisst leicht seine eigenen Erlebnisse, aber nicht so die Gedanken, welche durch jene hervorgerufen wurden. Festhalten einer Meinung Der eine hält eine Meinung fest, weil es sich etwas darauf einbildet, von selbst auf sie gekommen zu sein. Der andere, weil er sie mit Mühe gelernt hat und stolz darauf ist, sie begriffen zu haben. Beide also aus Eitelkeit. Das Lichtscheuen Die gute Tat scheut ebenso ängstlich das Licht als die böse Tat. Diese fürchtet, durch das Bekanntwerden komme der Schmerz als Strafe. Jene fürchtet, durch das Bekanntwerden schwinde die Lust, jene reine Lust an sich selbst nämlich, welche sofort aufhört, sobald eine Befriedigung der Eitelkeit hinzutritt. Die Länge des Tages Wenn man viel hineinzustecken hat, so hat ein Tag hundert Taschen. Tyrannengenie Wenn in der Seele eine unbezwingliche Lust dazu rege ist, sich tyrannisch durchzusetzen und das Feuer beständig unterhält, so wird selbst eine geringe Begabung bei Politikern, Künstlern allmählich zu einer fast unwiderstehlichen Naturgewalt. Das Leben des Feindes Wer davon lebt, einen Feind zu bekämpfen, hat ein Interesse daran, dass er am Leben bleibt. Wichtiger Man nimmt die unerklärte, undeutliche Sache wichtiger als die erklärte, helle Abschätzung erwiesener Dienste Dienstleistungen, die uns jemand erweist, schätzen wir nach dem Werte, den jener darauf legt, nicht nach dem, welchen sie für uns haben. Unglück Die Auszeichnung, welche im Unglück liegt, als ob es ein Zeichen von Flachheit Anspruchslosigkeit Gewöhnlichkeit sei, sich glücklich zu fühlen, ist so groß, dass wenn jemand einem sagt, aber wie glücklich sie sind, man gewöhnlich protestiert. Fantasie der Angst Die Fantasie der Angst ist jener böse, effische Kobold, der dem Menschen gerade dann noch auf den Rücken springt, wenn er schon am schwersten zu tragen hat. Wert Abgeschmackter Gegner Man bleibt mitunter einer Sache nur deshalb treu, weil ihre Gegner nicht aufhören, abgeschmackt zu sein. Wert eines Berufs Ein Beruf macht gedankenlos, darin liegt sein größter Segen. Denn er ist eine Schutzwehr, hinter welcher man sich, wenn Bedenken und Sorge allgemeine Art einen Anfallen erlaubtermaßen zurückziehen kann. Talent Das Talent manches großen Menschen erscheint geringer, als es ist, weil er sich immer zu große Aufgaben gestellt hat. Jugend Die Jugend ist unangenehm, denn in ihr ist es nicht möglich und nicht vernünftig, produktiv zu sein in irgendeinem Sinne. Zu große Ziele Wer sich öffentlich große Ziele stellt und hinterdrein im Geheimen einsieht, dass er dazu zu schwach ist, hat gewöhnlich auch nicht Kraft genug, jene Ziele öffentlich zu widerrufen und wird dann unvermeidlich zum Heuchler. Im Strome Starke Wasser reißen viel Gestein und Gestrüpp mit sich fort, starke Geister viel dumme und verworrene Köpfe. Gefahren der geistigen Befreiung Bei der ernstlich gemeinten geistigen Befreiung eines Menschen hoffen im Stillen auch seine Leidenschaften und Begierden, ihren Vorteil sich zu ersehen. Verkörperung des Geistes Wenn einer viel und klug denkt, so bekommt nicht nur sein Gesicht, sondern auch sein Körper ein kluges Aussehen. Schlecht sehen und schlecht hören Wer wenig sieht, sieht immer weniger. Wer schlecht hört, hört immer einiges noch dazu. Selbstgenuss in der Eitelkeit Der Eitler will nicht sowohl hervorragen, als sich hervorragend fühlen. Deshalb verschmäht er kein Mittel des Selbstbetrugs und der Selbstüberlistung. Nicht die Meinung der anderen, sondern seine Meinung von deren Meinung liegt ihm am Herzen. Ausnahmsweise Eitel Der für gewöhnlich Selbstgenügsame ist ausnahmsweise Eitel und für Ruhm und Lobsprüche empfänglich, wenn er körperlich krank ist. In dem Maße, in welchem er sich verliert, muss er sich aus fremder Meinung von außen her wieder zu gewinnen suchen. Die Geistreichen Der hat keinen Geist, welcher den Geist sucht. Wink für Parteihäupter Wenn man die Leute dazu treiben kann, sich öffentlich für etwas zu erklären, so hat man sie meistens auch dazu gebracht, sich innerlich dafür zu erklären. Sie wollen förderhin als konsequent erfunden werden. Verachtung Die Verachtung durch andere ist dem Menschen empfindlicher als die durch sich selbst. Schnur der Dankbarkeit Es gibt sklavische Seelen, welche die Erkenntlichkeit für erwiesene Wohltaten so weit treiben, dass sie sich mit der Schnur der Dankbarkeit selbst erdrosseln. Kunstgriffe des Propheten Um die Handlungsweise gewöhnlicher Menschen im Voraus zu erraten, muss man annehmen, dass sie immer den mindesten Aufwand an Geist machen, um sich aus einer unangenehmen Lage zu befreien. Das einzige Menschenrecht Wer vom Herkömmlichen abweicht, ist das Opfer des Außergewöhnlichen. Wer im Herkömmlichen bleibt, ist Sklave desselben. Zugrunde gerichtet wird man auf jeden Fall. Unter das Tier hinab Wenn der Mensch vor Lachen wird, übertrifft er alle Tiere durch seine Gemeinheit. Halbwissen Der, welcher eine fremde Sprache wenig spricht, hat mehr Freude daran als der, welche sie gut spricht. Das Vergnügen ist bei den Halbwissenden. Gefährliche Hilfsbereitschaft Es gibt Leute, welche das Leben den Menschen erschweren wollen, aus keinem anderen Grunde, als um ihnen hinterdrein ihre Rezepte zur Erleichterung des Lebens, zum Beispiel ihr Christentum, anzubieten. Fleiß und Gewissenhaftigkeit Fleiß und Gewissenhaftigkeit sind oftmals dadurch Antagonisten, dass der Fleiß die Früchte sauer vom Baum nehmen will, die Gewissenhaftigkeit sie aber zu lange hängen lässt, bis sie herabfallen und sich zerschlagen. Verdächtigen Menschen, welche man nicht leiden kann, sucht man sich zu verdächtigen. Die Umstände fehlen. Viele Menschen warten ihr Leben lang auf die Gelegenheit, auf ihre Art gut zu sein. Mangel an Freunden Der Mangel an Freunden lässt auf Neid oder Anmaßung schließen. Mancher verdankt seine Freunde nur dem glücklichen Umstande, dass er keinen Anlass zum Neide hat. Gefahr der Vielheit Mit einem Talente mehr steht man oft unsicherer als mit einem weniger. Wie der Tisch besser auf drei als auf vier Füßen steht. Den anderen zum Vorbild Wer ein gutes Beispiel geben will, muss seiner Tugend ein Gran Narheit zusetzen. Denn ahmt man nach und erhebt sich zugleich über den Nachgeahmten, was die Menschen leben. Zielscheibe sein. Die Bösen Reden anderer über uns gelten oft nicht eigentlich uns, sondern sind die Äußerungen eines Ärgers, einer Verstimmung aus ganz anderen Gründen. Leicht resigniert. Man leidet wenig an versagten Wünschen, wenn man seine Fantasie geübt hat, die Vergangenheit zu verhäßlichen. In Gefahr. Man ist am meisten in Gefahr, überfahren zu werden, wenn man eben einem Wagen ausgewichen ist. Je nach der Stimme die Rolle. Wer gezwungen ist, lauter zu reden, als er gewohnt ist, etwa vor einem Halbtauben oder vor einem großen Auditorium, übertreibt gewöhnlich die Dinge, welche er mitzuteilen hat. Mancher wird zum Verschwörer, böswilligen Nachredner, Intriganten, bloß weil seine Stimme sich am besten zu einem Geflüster eignet. Liebe und Hass Liebe und Hass sind nicht blind, aber geblendet vom Feuer, das sie selber mit sich tragen. Mit Vorteil angefeindet Menschen, welche der Welt ihre Verdienste nicht völlig deutlich machen können, suchen sich eine starke Feindschaft zu erwecken. Sie haben dann den Trost zu denken, dass diese zwischen ihren Verdiensten und deren Anerkennung stehe und dass mancher andere dasselbe vermute, was sehr vorteilhaft für ihre Geltung ist. Beichte Man vergisst seine Schuld, wenn man sie einem anderen gebeichtet hat, aber gewöhnlich vergisst der andere sie nicht. Selbstgenügsamkeit Das goldene Vlies der Selbstgenügsamkeit schützt gegen Prügel, aber nicht gegen Nadelstiche. Schatten in der Flamme Die Flamme ist sich selber nicht zu hell als den anderen denen sie leuchtet, so auch der Weise. Eigene Meinungen Die erste Meinung, welche uns einfällt, wenn wir plötzlich über eine Sache befragt werden, ist gewöhnlich nicht unsere eigene, sondern nur die landläufige, unserer Kaste, Stellung, Abkunft Zugehörige. Die eigenen Meinungen schwimmen selten obenauf. Herkunft des Mutes Der gewöhnliche Mensch ist mutig und unverwundbar, wie ein Held, wenn er die Gefahr nicht sieht, für sie keine Augen hat. Umgekehrt, der Held hat die einzig verwundbare Stelle auf dem Rücken, also dort, wo er keine Augen hat. Gefahr im Arzte Man muss für seinen Arzt geboren sein, sonst geht man an seinem Arzt zugrunde. Wunderliche Eitelkeit Wer dreimal mit Dreistigkeit das Wetter prophezeit hat und Erfolg hatte, er glaubt im Grunde seiner Seele ein wenig an seine Prophetengabe. Wir lassen das Wunderliche Irrationelle gelten, wenn es unserer Selbstschätzung schmeichelt. Beruf Ein Beruf ist das Rückgrat des Lebens. Gefahr persönlichen Einflusses Wer fühlt, dass er auf einen anderen einen großen innerlichen Einfluss ausübt, muss ihm ganz freie Zügel lassen, ja gelegentliches Widerstreben gern sehen und selbst herbeiführen. Sonst wird er unvermeidlich sich einen Feind machen. Den Erben gelten lassen. Wer etwas Großes in selbstloser Gesinnung begründet hat, sorgt dafür, sich Erben zu erziehen. Es ist das Zeichen einer tyrannischen und unedlen Natur, in allen möglichen Erben seines Werkes seine Gegner zu sehen und gegen sie im Stande der Notwehr zu Leben. Halbwissen Das Halbwissen ist siegreicher als das Ganzwissen. Es kennt die Dinge einfacher als sie sind und macht daher seine Meinung fasslicher und überzeugender. Nicht geeignet zum Parteimann Wer viel denkt eignet sich nicht zum Parteimann Er denkt sich zu bald durch die Partei hindurch. Schlechtes Gedächtnis Der Vorteil des schlechten Gedächtnisses ist, dass man dieselben guten Dinge mehrere Male zum ersten Mal genießt. Sich Schmerzen machen Rücksichtslosigkeit des Denkens ist oft das Zeichen einer unfriedlichen inneren Gesinnung, welche Betäubung begehrt. Märtyrer Der Jünger eines Märtyrers leidet mehr als der Märtyrer. Rückständige Eitelkeit Die Eitelkeit mancher Menschen, die es nicht nötig hätten, eitel zu sein, ist die übriggebliebene und großgewachsene Gewohnheit aus der Zeit her, wo sie noch kein Recht hatten, an sich zu glauben und diesen Glauben erst von anderen in kleiner Münze einbettelten. Punktum Saliens der Leidenschaft Wer im Begriff ist, in Zorn oder in einen heftigen Liebesaffekt zu geraten, erreicht einen Punkt, wo die Seele voll ist, wie ein Gefäß. Aber doch muss ein Wassertropfen noch hinzukommen, der gute Wille zur Leidenschaft, den man gewöhnlich auch den Bösen nennt. Es ist nur dies Pünktchen nötig, dann läuft das Gefäß über. Gedanke des Unmuts Es ist mit den Menschen wie mit den Kohlenmeilern im Walde. Erst wenn die jungen Menschen ausgeglüht haben und verkohlt sind gleich jenen, dann werden sie nützlich. Solange sie dampfen und rauchen, sind sie vielleicht interessanter, aber unnütz und gar zu häufig unbequem. Die Menschheit verwendet schonungslos jeden Einzelnen das Material zum Heizen ihrer großen Maschinen. Aber wozu dann die Maschinen, wenn alle Einzelnen, das heißt die Menschheit, nur dazu nützen, sie zu unterhalten? Maschinen, die sich selbst Zweck sind, ist das die Humana Comedia? Vom Stundenzeiger des Lebens Das Leben besteht aus seltenen einzelnen Momenten von höchster Bedeutsamkeit und unzählig vielen Intervallen, in denen uns bestenfalls die Schattenbilder jener Momente umschweben. Die Liebe, der Frühling, jede schöne Melodie, das Gebirge, der Mond, das Meer, alles redet nur einmal ganz zum Herzen, wenn es überhaupt je ganz zu Worte kommt. Denn viele Menschen haben jene Momente gar nicht und sind selber Intervalle und Pausen in der Symphonie des wirklichen Lebens. Angreifen oder Eingreifen Wir machen häufig den Fehler, eine Richtung oder Partei oder Zeit lebhaft anzufeinden, weil wir zufällig nur ihre veräußerlichte Seite, ihre Verkümmerung oder die ihnen notwendig anhaftenden Fehler ihrer Tugenden zu sehen bekommen, vielleicht weil wir selbst an diesen vornehmlich teilgenommen haben. Dann wenden wir ihnen den Rücken und suchen eine entgegengesetzte Richtung. Aber das Bessere wäre, die starken, guten Seiten aufzusuchen oder an sich selber auszubilden. Freilich gehört ein kräftigerer Blick und besserer Wille dazu, das Werdende und Unvollkommene zu fördern, als es in seiner Unvollkommenheit zu durchschauen und zu verleugnen. Bescheidenheit Es gibt wahre Bescheidenheit, das heißt die Erkenntnis, dass wir nicht unsere eigenen Werke sind. Und recht wohl geziemt sie dem großen Geiste, weil gerade er den Gedanken der völligen Unverantwortlichkeit hat, auch für das Gute, was er schafft, fassen kann. Die Unbescheidenheit des großen hasst man nicht, insofern er seine Kräfte fühlt, sondern weil er seine Kraft dadurch erst erfahren will, dass er die anderen verletzt, herrisch behandelt und zusieht, wie weit sie es aushalten. Gewöhnlich beweist dies sogar den Mangel an sicherem Gefühl der Kraft und macht somit die Menschen an seiner Größe Zweifeln. Insofern ist Unbescheidenheit vom Gesichtspunkte der Klugheit aus sehr zu widerraten. Des Tages erster Gedanke Das beste Mittel jeden Tag gut zu beginnen ist, beim Erwachen daran zu denken, ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tage eine Freude machen könne. Wenn dies als ein Ersatz für die religiöse Gewöhnung des Gebetes gelten dürfte, so hätten die Mitmenschen einen Vorteil bei dieser Änderung. Anmaßung als letztes Trostmittel Wenn man ein Missgeschick seinen intellektuellen Mangel, seine Krankheit sich so zurechtlegt, dass man hierin sein vorgezeichnetes Schicksal, seine Prüfung oder die geheimnisvolle Strafe für früher Begangenes sieht, so macht man sich sein eigenes Wesen dadurch interessant und erhebt sich in der Vorstellung über seine Mitmenschen. Der stolze Sünder ist eine bekannte Figur in allen kirchlichen Sekten. Vegetation des Glücks Dicht neben dem Wehe der Welt und oft auf seinem vulkanischen Boden hat der Mensch seine kleinen Gärten des Glücks angelegt. Ob man das Leben mit dem Blicke dessen betrachtet, der vom Dasein Erkenntnis allein will oder dessen, der sich ergibt und resigniert oder dessen, der an der überwundenen Schwierigkeit sich freut. Überall wird er etwas Glück neben dem Unheil aufgesprost finden und zwar umso mehr Glück, je vulkanischer der Boden war. Nun wäre es lächerlich zu sagen, dass mit diesem Glück das Leiden selbst gerechtfertigt sei. Die Straße der Vorfahren Es ist vernünftig, wenn jemand das Talent, auf welches sein Vater oder Großvater Mühe verwendet hat, an sich selbst weiter ausbildet und nicht zu etwas ganz Neuem umschlägt. Er nimmt sich sonst die Möglichkeit, zum Vollkommenen in irgendeinem Handwerk zu gelangen. Deshalb sagt das Sprichwort Welche Straße sollst du reiten, die deiner Vorfahren Eitelkeit und Ehrgeiz als Erzieher Solange einer noch nicht zum Werkzeug des allgemeinen menschlichen Nutzens geworden ist, mag ihn der Ehrgeiz peinigen. Ist jenes Ziel aber erreicht, arbeitet er mit Notwendigkeit wie eine Maschine zum Besten aller, so mag dann diese Eitelkeit kommen. Sie wird ihn im kleinen Vermenschlichen geselliger, erträglicher, nachsichtiger machen dann, wenn der Ehrgeiz, die grobe Arbeit, ihn nützlich zu machen, an ihm vollendet hat. Philosophische Neulinge Hat man die Weisheit eines Philosophen eben eingenommen, so geht man durch die Straßen mit dem Gefühle, als sei man umgeschaffen und ein großer Mann geworden. Denn man findet lauter solche, welche die Weisheit nicht kennen, hat also über alles eine neue, unbekannte Entscheidung vorzutragen. Weil man ein Gesetzbuch anerkennt, meint man jetzt auch sich als Richter gebärden zu müssen. Durch Missfallen gefallen Die Menschen, welche lieber auffallen und dabei missfallen wollen, begehren dasselbe wie die, welche nicht auffallen und gefallen wollen, nur in einem viel höheren Grade und indirekt, vermittels einer Stufe, durch welche sie sich scheinbar von ihrem Ziele entfernen. Sie wollen Einfluss und Macht und zeigen deshalb ihre Überlegenheit, selbst so, dass sie unangenehm empfunden wird. Denn sie wissen, dass der, welcher endlich zur Macht gelangt ist, fast in allem, was er tut und sagt, gefällt. Und das, selbst wo er missfällt, er noch zu gefallen scheint. Auch der Freigeist und ebenso der Gläubige wollen Macht, um durch sie einmal zu gefallen. Wenn ihnen ihrer Lehre wegen ein übles Schicksal, Verfolgung, Kerke, Hinrichtung droht, so freuen sie sich des Gedankens, dass ihre Lehre auf diese Weise der Menschheit eingeritzt und eingebrannt wird. Sie nehmen es hin als ein schmerzhaftes, aber kräftiges, wenn gleich spät wirkendes Mittel, um doch noch zur Macht zu gelangen. Kasus Belli und ähnliches. Der Fürst, welcher zu dem gefassten Entschlüsse, Krieg mit dem Nachbar zu führen, einen Kasus Belli ausfindig macht, gleich dem Vater, der seinem Kind eine Mutter unterschiebt, welche fürderhin als solche gelten soll. Und sind nicht fast alle öffentlich bekannt gemachten Motive unserer Handlungen solche untergeschobene Mütter? Leidenschaft und Recht Niemand spricht leidenschaftlicher von seinem Rechte als der, welcher im Grunde seiner Seele einen Zweifel an seinem Rechte hat. Indem er die Leidenschaft auf seine Seite zieht, will er den Verstand und dessen Zweifel betäuben. So gewinnt er das gute Gewissen und mit ihm den Erfolg bei den Mitmenschen. Kunstgriff der Entsagenden Wer gegen die Ehe protestiert nach Art der katholischen Priester, wird diese nach ihrer niedrigsten gemeinsamen Auffassung zu verstehen suchen. Ebenso wer die Ehre bei den Zeitgenossen von sich abweist, wird deren Begriff niedrig fassen. So erleichtert er sich die Entbehrung und den Kampf dagegen. Übrigens wird der, welches sich im Ganzen viel versagt, sich im Kleinen leicht Indulgenz geben. Es wäre möglich, dass der, welcher über den Beifall der Zeitgenossen erhaben ist, doch die Befriedigung kleinerer Eitelkeiten sich nicht versagen will. Lebensalter der Anmaßung Zwischen dem 26. und dem 30. Jahre liegt bei begabten Menschen die eigentliche Periode der Anmaßung. Es ist die Zeit der ersten Reife mit einem starken Rest von Säuerlichkeit. Man fordert aufgrund dessen, was man in sich fühlt, von Menschen, welche nichts oder wenig davon sehen, Ehre und Demütigung und rächt sich, weil diese zunächst ausbleiben, durch jenen Blick, jene Gebärde der Anmaßung, jenen Ton der Stimme, wie ein feines Ohr und Auge an allen Produktionen jenes Alters, seines Gedichte, Philosophien oder Bilder und Musik wiedererkennt. Ältere erfahrene Männer lächeln dazu und mit der Rührung gedenken sie dieses schönen Lebensalters, in dem man böse über das Geschick ist, so viel zu sein und so wenig zu scheinen. Später scheint man wirklich mehr, aber man hat vielleicht den guten Glauben verloren, viel zu sein. Man bleibt den Zeit lebens ein unverbesserlicher Narr der Eitelkeit. Trügerisch und doch haltbar. Wie man, um an einem Abgrund vorbeizugehen oder einen tiefen Bach auf einem Balken zu überschreiten eines Geländers bedarf, nicht um sich daran festzuhalten, denn es würde sofort mit einem zusammenbrechen, sondern um die Vorstellung der Sicherheit für das Auge zu erwecken. So bedarf man als Jüngling solcher Personen, welche uns unbewusst den Dienst jenes Geländers erweisen. Es Es ist wahr, sie würden uns nicht helfen, wenn wir uns wirklich in großer Gefahr auf sie stürzen wollten, aber sie geben die beruhigende Empfindung des Schutzes in der Nähe, zum Beispiel Väter, Lehrer, Freunde, wie sie alle drei gewöhnlich sind. Man muss lieben lernen, gütig sein lernen und dies von Jugend auf. Wenn Erziehung und Zufall uns keine Gelegenheit zur Übung dieser Empfindungen geben, so wird unsere Seele trocken und selbst zu einem Verständnis jener zarten Empfindungen liebevoller Menschen ungeeignet. Ebenso muss der Hass gelernt und genährt werden, wenn einer ein tüchtiger Hasser werden will, sonst wird auch der Keim dazu allmählich absterben. Die Ruine als Schmuck Solche, die viel geistige Wandlungen durchmachen, behalten einige Ansichten und Gewohnheiten früherer Zustände bei, welche dann wie ein Stück unerklärlichen Altertums und grauen Mauerwerks in ihr neues Denken und Handeln hineinragen, oft zur Zierde der ganzen Gegend. Liebe und Ehre Die Liebe begehrt, die Furcht meidet. Daran liegt es, dass man nicht zugleich von derselben Person wenigstens in demselben Zeitraum geliebt und geehrt werden kann. Denn der Ehrende erkennt die Macht an, das heißt er fürchtet sie. Sein Zustand ist Ehrfurcht. Die Liebe aber erkennt keine Macht an, nichts was trennt, abhebt, über- und unterordnet. Weil sie nicht ehrt, so sind ehrsüchtige Menschen insgeheim oder öffentlich gegen das Geliebtwerden widerspenstig. Vorurteil für die kalten Menschen Menschen, welche rasch Feuer fangen, werden schnell kalt und sind daher im Ganzen unzuverlässig. Deshalb gilt für alle die, welche immer kalt sind oder sich so stellen. Das günstige Vorurteil, dass es besonders vertrauenswerte, zuverlässige Menschen seien. Man verwechselt sie mit denen, welche langsam Feuer fangen und es lange festhalten. Das Gefährliche in freien Meinungen Das leichte Befassen mit freien Meinungen gibt einen Reiz wie eine Art Jucken. Gibt man ihm mehr nach, so fängt man an, die Stellen zu reiben, bis zuletzt eine offene schmerzende Wunde entsteht. Das heißt, bis die freie Meinung uns in unserer Lebensstellung unseren menschlichen Beziehungen zu stören, zu quälen beginnt. Begierde nach tiefem Schmerz Die Leidenschaft lässt, wenn sie vorüber ist, eine dunkle Sehnsucht nach sich selber zurück und wirft im Verschwinden noch einen verführerischen Blick zu. Es muss doch eine Art von Lust gewährt haben, mit ihrer Geißel geschlagen worden zu sein. Die mäßigeren Empfindungen erscheinen dagegen schal. Man will, wie es scheint, die heftigere Unlust immer noch lieber als die matte Lust. Unmut über andere und die Welt Wenn wir wie so häufig unseren Unmut an anderen auslassen, während wir ihn eigentlich über uns empfinden, erstreben wir im Grunde eine Umnebelung und Täuschung unseres Urteils. Wir wollen diesen Unmut a posteriori motivieren, durch die versehen Mängel der anderen und uns selber so aus den Augen verlieren. Die religiös strengen Menschen, welche gegen sich selber unerbitterliche Richter sind, haben zugleich am meisten Übels der Menschheit überhaupt nachgesagt. Ein Heiliger, welcher sich die Sünden und den anderen die Tugenden vorbehält, hat nie gelebt. Ebenso wenig wie jener, welche nach Buddhas Vorschrift sein Gutes vor den Leuten verbirgt und sie sein Böses allein sehen lässt. Ursache und Wirkung verwechselt. Wir suchen unbewusst die Grundsätze und Tatsächlich ist unser Wesen die Ursache dass wir so und so denken und urteilen. Und was bestimmt uns zu dieser fast unbewussten Komödie? Die Trägheit und Bequemlichkeit und nicht am wenigsten der Wunsch der Eitelkeit durch und durch als konsistent in Wesen und Denken einartig erfunden zu werden. Denn dies erwirbt Achtung, gibt Vertrauen und Macht. Lebensalter und Wahrheit Junge Leute lieben das Interessante und Absonderliche gleichgültig wie wahr oder falsch es ist. Reifere Geister lieben das an der Wahrheit was an ihr interessant und absonderlich ist. Ausgereifte Köpfe endlich lieben die Wahrheit auch in dem wo sie schlicht und einfältig erscheint und dem gewöhnlichen Menschen Langeweile macht weil sie gemerkt haben dass die Wahrheit das höchste an Geist was sie besitzt mit der Miene der Einfalt zu sagen pflegt. Die Menschen als schlechte Dichter So wie schlechte Dichter im zweiten Teil des Verses zum Reime den Gedanken suchen so pflegen die Menschen in der zweiten Hälfte des Lebens ängstlicher geworden die Handlungen Stellungen Verhältnisse zu suchen welche zu denen ihres früheren Lebens passen so dass äußerlich alles wohl zusammenklingt aber Aber ihr Leben ist nicht mehr von einem starken Gedanken beherrscht und immer wieder neu bestimmt sondern an die Stelle desselben tritt die Absicht einen Reim zu finden Langeweile und Spiel das Bedürfnis welche sie jetzt als neues hinzukommendes Bedürfnis geltend macht sie wird umso stärker sein je stärker jemand gewöhnt ist zu arbeiten vielleicht sogar je stärker jemand an Bedürfnissen gelitten hat um der Langeweile zu entgehen arbeitet der Mensch entweder über das Maß seiner sonstigen Bedürfnisse hinaus oder er erfindet das Spiel das heißt die Arbeit welche kein anderes Bedürfnis stillen soll als das nach Arbeit überhaupt Wer des Spiels überdrüssig geworden ist und durch neue Bedürfnisse keinen Grund zur Arbeit hat den überfällt mitunter das Verlangen nach einem dritten Zustand welcher sich zum Spiel verhält wie Schweben zum Tanzen wie Tanzen zum Gehen nach einer seligen ruhigen Bewegtheit es ist die Vision der Künstler und Philosophen von dem Glück Lehrer aus Bildern betrachtet man eine Reihe Bilder von sich selber von den Zeiten der letzten Kindheit bis bis zu der Mannes Reife so findet man mit einer angenehmen Verwunderung dass der Mann dem Kinde ähnlicher sieht als der Mann dem Jünglinge dass also wahrscheinlich diesem Vorgange entsprechend inzwischen eine zeitweilige Alienation vom Grundcharakter eingetreten ist über welche die gesamte geballte Kraft des Mannes wiederherr wurde dieser Wahrnehmung entspricht die andere dass alle die starken Empfindungen von Leidenschaften Lehrern politischen Ereignissen welche in dem Jünglingsalter uns herumziehen später wieder auf ein festes Maß zurückgeführt erscheinen gewiss sie leben und wirken in uns fort aber das Grundempfinden und Grundmeinen hat doch die Übermacht und benutzt sie wohl als Kraftquellen nicht aber mehr als Regulatoren wie dies wohl in den 20er Jahren geschieht so erscheint auch das Denken und Empfinden des Mannes dem seines kindlichen Lebensalters wieder gemäßer und diese innere Tatsache spricht sich in der erwähnten äußeren aus Stimmklang der Lebensalter der Ton in dem Jünglinge reden loben tadeln dichten missfällt den älter gewordenen weil er zu laut ist und zwar zugleich dumpf und undeutlich wie der Ton in einem Gewölbe der durch die Leerheit eine solche Schallkraft bekommt denn das meiste was Jünglinge denken ist nicht aus der Fülle ihrer eigenen Natur herausgeströmt sondern ist Anklang Nachklang von dem was in ihrer Nähe gedacht geredet gelobt getadelt worden ist weil aber die Empfindungen der Neigung und Abneigung viel stärker als die Gründe für jene in ihnen nachklingen so entsteht wenn sie ihre Empfindung wieder laut werden lassen jener dumpfe hallende Ton welche für die Abwesenheit oder die Sperrlichkeit von Gründen das Kennzeichen abgibt der Ton des reiferen Alters ist streng kurz abgebrochen mäßig laut aber wie alles deutlich artikulierte sehr weit tragend das Alter endlich bringt häufig eine gewisse Milde und Nachsicht in den Klang und verzuckert ihnen gleichsam in manchen Fällen freilich versäuert sie ihn auch zurückgebliebene und vorwegnehmende Menschen der unangenehme Charakter welcher voller Misstrauen ist alles glückliche gelingen der Mitbewerbenden und Nächsten mit Neid fühlt gegen abweichende Meinungen gewalttätig und aufbrausend ist zeigt dass er einer früheren Stufe der Kultur zugehört also ein Überbleibsel ist denn die Art in welcher er mit den Menschen verkehrt war die rechte und zutreffende für die Zustände eines Faustrecht Zeitalters es ist ein zurückgebliebener Mensch ein anderer Charakter welcher reich an Mitfreude ist überall Freude gewinnt alles wachsende und werdende liebevoll empfindet alle Ehren und Erfolge anderer mitgenießt und kein Vorrecht das wahre allein zu kennen in Anspruch nimmt sondern voll eines bescheidenen Misstrauens ist das ist ein vorwegnehmender Mensch welcher einer höheren Kultur der Menschen entgegenstrebt Der unangenehme Charakter stammt aus den Zeiten wo die rohen Fundamente des menschlichen Verkehrs erst zu bauen waren der andere lebt auf deren höchsten Stockwerken möglichst entfernt von dem wilden Tier welches in den Kellern unter den Fundamenten der Kultur eingeschlossen wütet und heult Trost für Hypochonder Wenn ein großer Denker zeitweilig hypochondrischen Selbstquälereien unterworfen ist so mag er sich zum Troste sagen es ist deine eigene große Kraft von der dieser Parasit sich nährt und wächst wäre sie geringer so würdest du weniger zu leiden haben ebenso mag der Staatsmann sprechen wenn Eifersucht und Rachegefühl überhaupt die Stimmung des Bellum Omnium Contra Omnes zu der er als Vertreter einer Nation notwendig eine starke Begabung haben muss sich gelegentlich auch in seine persönlichen Beziehungen eindrängt und ihm das Leben schwer macht der Gegenwart entfremdet es hat große Vorteile seiner Zeit sich einmal in stärkerem Maße zu entfremden und gleichsam von ihrem Ufer zurück in den Ozean der vergangenen Welt Betrachtung getrieben zu werden von dort aus nach der Küste zu blickend überschaut man wohl zum ersten Male ihre gesamte Gestaltung und hat wenn man sich ihr wieder nähert den Vorteil sie besser im Ganzen zu verstehen als die welche sie nie verlassen haben auf persönlichen Mängeln säen und ernten Menschen wie Rousseau verstehen es ihre Schwächen Lücken Laster gleichsam als Dünger ihres Talentes zu benutzen wenn jener die Verdorbenheit und Entartung der Gesellschaft als leidige Folge der Kultur beklagt so liegt hier eine persönliche Erfahrung zugrunde deren Bitterkeit gibt ihm die Schärfe seiner allgemeinen Verurteilung und vergiftet die Pfeile mit denen er schießt er entlastet sich zunächst als Individuum und denkt ein Heilmittel zu suchen das direkt der Gesellschaft aber indirekt und vermittels jener auch ihm zunutze ist philosophisch gesinnt sein gewöhnlich strebt man danach für alle Lebenslagen und Ereignisse eine Haltung des Gemüts eine Gattung von Ansichten zu erwerben das nennt man vornehmlich philosophisch gesinnt sein aber für die Bereicherung der Erkenntnis mag es höheren Wert haben nicht in dieser Weise sich zu uniformieren sondern auf die leise Stimme der verschiedenen Lebenslagen zu hören diese bringen ihre Ansichten mit sich so nimmt man erkennenden Anteil am Leben und Wesen vieler indem man sich selber nicht als starres beständiges eines Individuum behandelt im Feuer der Verachtung es ist ein neuer Schritt zum selbstständig werden wenn man erst Ansichten zu äußern wagt die als schmählich für den gelten welche sie hegt da pflegen auch die Freunde und Bekannten ängstlich zu werden auch durch dieses Feuer muss die begabte Natur hindurch sie gehört sich hinter drein noch viel mehr selber an Aufopferung die große Aufopferung wird im Falle der Wahl einer kleinen Aufopferung vorgezogen weil wir für die große uns durch Selbstbewunderung entschädigen was uns bei der kleinen nicht möglich ist Liebe als Kunstgriff wer etwas Neues wirklich kennenlernen will sei es ein Mensch ein Ereignis ein Buch der tut gut dieses Neue mit aller möglichen Liebe aufzunehmen von allem was ihm daran feindlich anstößig falsch vorkommt schnell das Auge abzuwenden heißt zu vergessen so dass man zum Beispiel dem Autor eines Buches den größten Vorsprung gibt und geradezu wie bei einem Wettrennen mit klopfendem Herzen danach begehrt dass er sein Ziele erreicht mit diesem Verfahren bringt man nämlich der neuen Sache bis an ihr Herz bis an ihren bewegenden Punkt und dies heißt eben sie kennenlernen ist man so weit so macht der Verstand hinter drein seine Restriktionen jene Überschätzung jenes zeitweilige Aushängen des kritischen Pendels war eben nur der Kunstgriff die Seele einer Sache heraus zu locken zu gut und zu schlecht von der Welt denken ob man zu gut oder zu schlecht von den Dingen denkt man hat immer den Vorteil dabei eine höhere Lust einzuernten denn bei einer vorgefassten zu guten Meinung legen wir gewöhnlich mehr Süßigkeit in die Dinge Erlebnisse hinein als sie eigentlich enthalten eine vorgefasste zu schlechte Meinung verursacht eine angenehme Enttäuschung das angenehme das an sich in den Dingen lag bekommt einen Zuwachs durch das angenehme der Überraschung ein finsteres Temperament wird übrigens in beiden Fällen die umgekehrte Erfahrung machen tiefe Menschen diejenigen welche ihre Stärke in der Vertiefung der Eindrücke haben man nennt sie gewöhnlich tiefe Menschen sind bei allem Plötzlichen verhältnismäßig gefasst und entschlossen denn im ersten Augenblick war der Eindruck noch flach er wird dann erst tief lange vorhergesehene erwartete Dinge oder Personen regen aber solche Naturen am meisten auf und machen sie fast unfähig bei der endlichen Ankunft derselben noch Gegenwärtigkeit des Geistes zu haben Verkehr mit dem Höheren Selbst Ein jeder hat seinen guten Tag wo er sein höheres Selbst findet und die wahre Humanität verlangt jemanden nur nach diesem Zustande und nicht nach den Werktagen der Unfreiheit und Knechtung zu schätzen Man soll zum Beispiel einen Maler nach seiner höchsten Vision wie er zu sehen und darzustellen vermochte taxieren und verehren aber die Menschen selber verkehren sehr verschieden mit diesem ihrem höheren Selbst und sind häufig ihre eigenen Schauspieler insofern sie das was sie in jenen Augenblicken sind später immer wieder nachmachen Manche leben in Scheu und Demut vor ihrem Ideale und möchten es verleugnen Sie fürchten ihr höheres Selbst weil es wenn es redet anspruchsvoll redet Dazu hat es eine geisterhafte Freiheit zu kommen und fort zu bleiben wie es will Es wird deswegen häufig eine Gabe der Götter genannt denn eigentlich alles andere Gabe der Götter des Zufalls ist Jenes aber ist der Mensch selber Einsame Menschen Manche Menschen sind so sehr an das Alleinsein mit sich selber gewöhnt dass sie sich gar nicht mit anderen vergleichen sondern in einer ruhigen freudigen Stimmung unter guten Gesprächen mit sich ja mit Lachen ihr monologisches Leben fortspinnen bringt man sie aber dazu sich mit anderen zu vergleichen so neigen sie zu einer grübelnden Unterschätzung ihrer selbst sodass sie gezwungen werden müssen eine gute gerechte Meinung über sich erst von anderen wieder zu lernen und und von dieser erlernten Meinung werden sie immer wieder etwas abziehen und abhandeln wollen man muss also gewissen Menschen ihr Alleinsein gönnen und nicht so albern sein wie es häufig geschieht sie deswegen zu bedauern ohne Melodie Es gibt Menschen denen ein stetiges Beruhen in sich selbst und ein harmonisches sich zurechtlegen alle ihrer Fähigkeiten so zu eigen ist dass ihnen jede zielesetzende Tätigkeit widerstrebt Sie gleichen einer Musik welche aus lauter langgezogenen harmonischen Akkorden besteht ohne dass je auch nur der Ansatz zu einer gegliederten bewegten Melodie sich zeigte Alle Bewegung von außen her dient nur dem Kane sofort wieder sein neues Gleichgewicht auf dem See harmonischen Wohlklangs zu geben Moderne Menschen werden gewöhnlich aufs äußerste ungeduldig wenn sie solchen Naturen begegnen aus denen nichts wird oder dass man von ihnen sagen dürfte dass sie nichts sind aber in einzelnen Stimmungen erregt ihr Anblick jene ungewöhnliche Frage wozu überhaupt Melodie warum genügt es uns nicht wenn das Leben sich ruhevoll in einem tiefen See spiegelt das Mittelalter war reicher an solchen Naturen als unsere Zeit wie selten trifft man noch auf einen der so recht friedlich und froh mit sich auch im Gedränge fortleben kann zu sich redend wie Goethe das beste ist die tiefe Stille in der ich gegen die Welt lebe und wachse und gewinne was sie mir mit Feuer und Schwert nicht nehmen können Leben und erfahren sieht man zu wie einzelne mit ihren Erlebnissen ihren unbedeutenden alltäglichen Erlebnissen umzugehen wissen so dass diese zu einem Ackerland werden das dreimal des Jahres Frucht trägt während andere und wie viele durch den Wogenschlag der aufregendsten Schicksale der mannigfaltigsten Zeit und Volksströmungen hindurchgetrieben werden und doch immer leicht immer obenauf wie Kork bleiben so ist man endlich versucht die Menschheit in eine Minorität Minimalität solcher einzuteilen welche aus wenigem viel zu machen verstehen und in eine Majorität derer welche aus vielem wenig zu machen verstehen ja man trifft auf jene umgekehrten Hexenmeister welche anstatt die Welt aus Nichts aus der Welt ein Nichts schaffen Ernst im Spiele in Genua hörte ich zur Zeit der Abenddämmerung von einem Turme her ein langes Glockenspiel das wollte nicht enden und klang wie unersättlich an sich selber über das Geräusch der Gassen in den Abendhimmel und die Meeresluft hinauf so schauerlich so kindisch zugleich so wehmutsvoll da gedachte ich der Worte Platos und fühlte sie auf einmal im Herzen alles Menschliche insgesamt ist des großen Ernstes nicht wert trotzdem von der Überzeugung und der Gerechtigkeit das was der Mensch in der Leidenschaft sagt verspricht beschließt nachher in Kälte in Nüchternheit zu vertreten diese Forderung gehört zu den schwersten Lasten welche die Menschheit drücken die Folgen des Zornes der aufflammenden Rache der begeisterten Hingebung in alle Zukunft hin anerkennen zu müssen das kann zu einer umso größeren Erbitterung gegen diese Empfindungen reizen je mehr gerade mit ihnen allerwert und namentlich von den Künstlern ein Götzendienst getrieben wird diese züchten die Schätzung der Leidenschaften groß und haben es immer getan freilich verherrlichen sie auch die furchtbaren Genugtuungen der Leidenschaft welche einer an sich selber nimmt jene Rache Ausbrüche mit Tod Verstümmelung freiwilliger Verbannung im Gefolge und jene Resignation des zerbrochenen Herzens jedenfalls halten sie die Neugierde nach den Leidenschaften wach es ist als ob sie sagen wollten ihr habt ohne Leidenschaften gar nichts erlebt weil man Treue geschworen vielleicht gar einem rein fingierten Wesen wie einem Gotte weil man sein Herz hingegeben hat einem Fürsten einer Partei einem Weiber einem priesterlichen Orden einem Künstler einem Denker im Zustande eines verblendeten Wahnes welche Entzückung über uns legte und jene Wesen als jeder Verehrung jedes Opfers würdig erschienen ließ ist man nun unentrinnbar fest verbunden Ja haben wir uns denn damals nicht selbst betrogen war es nicht ein hypothetisches Versprechen unter der freilich nicht laut gewordenen Voraussetzung dass jene Wesen denen wir uns weiten wirklich die Wesen sind als welche sie in unserer Vorstellung erschienen sind wir verpflichtet unseren Irrtümern treu zu sein selbst mit der Einsicht dass wir durch diese Treue an unserem höheren Selbst Schaden stiften nein es gibt kein Gesetz keine Verpflichtung dieser Art wir müssen Verräter werden Untreue üben unsere Ideale immer wieder preis geben aus einer Periode des Lebens in die Andere schreiten wir nicht ohne diese Schmerzen des Verrates zu machen und auch daran wieder zu leiden wäre es nötig dass wir uns um diesen Schmerzen zu entgehen vor den Aufwallungen unserer Empfindung hüten müssten würde dann die Welt nicht zu öde zu gespenstisch für uns werden vielmehr wollen wir uns fragen ob diese Schmerzen bei einem Wechsel der Überzeugung notwendig sind oder ob sie nicht von einer irrtümlichen Meinung und Schätzung abhängen warum bewundert man den welcher seiner Überzeugung treu bleibt und verachtet den welcher sie wechselt ich fürchte die Antwort muss sein weil jedermann voraussetzt dass nur Motive gemeineren Vorteils oder persönlicher Angst einen solchen Wechsel veranlassen das heißt man glaubt im Grunde dass niemand seine Meinungen verändert solange sie ihm vorteilhaft sind oder wenigstens solange sie ihm keinen Schaden bringen steht es aber so so liegt darin ein schlimmeres Zeugnis über die intellektuelle Bedeutung aller Überzeugungen prüfen wir Überzeugungen entstehen und sehen wir zu ob sie nicht bei weitem überschätzt werden dabei wird sich ergeben dass auch der Wechsel von Überzeugungen unter allen Umständen nach falschem Maße bemessen wird und dass wir bisher zu viel an diesem Wechsel zu Leiden pflegen Überzeugung ist der Glaube in irgendeinem Punkte der Erkenntnis im Besitze der unbedingten Wahrheit zu sein dieser Glaube setzt also voraus dass es unbedingte Wahrheiten gebe ebenfalls dass jene vollkommenen Methoden gefunden seien um zu ihnen zu gelangen endlich dass jeder der Überzeugungen habe sich dieser vollkommenen Methode bediene alle drei Aufstellungen beweisen sofort dass der Mensch der Überzeugungen nicht der Mensch des wissenschaftlichen Denkens ist er ist im Alter der theoretischen Unschuld vor uns und ist ein Kind wie erwachsen er auch sein möge ganze Jahrtausende aber haben in jenen kindlichen Voraussetzungen gelebt und aus ihnen sind die mächtigsten Kraftquellen der Menschheit herausgeströmt jene zahllosen Menschen welche sich für ihre Überzeugungen opferten meinten es für die unbedingte Wahrheit zu tun sie alle hatten Unrecht darin wahrscheinlich hat noch nie ein Mensch sich für die Wahrheit geopfert mindestens wird der dogmatische Ausdruck seines Glaubens unwissenschaftlich oder halbwissenschaftlich gewesen sein aber eigentlich wollte man Recht behalten weil man meinte Recht haben zu müssen seinen Glauben sich entreißen lassen das bedeutete vielleicht seine ewige Seligkeit in Frage stellen bei einer Angelegenheit von dieser äußersten Wichtigkeit war der Wille gar zu hörbar der Souffleur des Intellekts die Voraussetzung jedes Gläubigen jeder Richtung war nicht widerlegt werden zu können erwiesen sich die Gegengründe als sehr stark so blieb ihm immer noch übrig die Vernunft überhaupt zu verlästern und vielleicht gar das Credo via Absurdum ist als Fahne des äußersten Fanatismus aufzupflanzen Es ist nicht der Kampf der Meinungen welche die Geschichte so gewalttätig gemacht hat sondern der Kampf des Glaubens an die Meinungen das heißt der Überzeugungen Wenn doch alle die welche so groß von ihrer Überzeugung dachten Opfer aller Art ihr brachten und Ehre Leib und Leben in ihrem Dienste nicht schonten nur die Hälfte ihrer Kraft der Untersuchung gewidmet hätten mit welchem Rechte sie an dieser oder jener Überzeugung hingen auf welchen Wegen sie zu ihr gekommen seien wie friedfertig sähe die Geschichte der Menschheit aus wie viel mehr des Erkannten würde es geben alle diese grausamen Szenen bei der Verfolgung der Ketzer jeder Art wären uns aus zwei Gründen erspart geblieben einmal weil die Inquisitoren vor allem bei sich selbst inquiriert hätten und über die Anmaßung die unbedingte Wahrheit zu verteidigen hinausgekommen wären so dann weil die Ketzer selber so schlecht begründeten Sätzen wie die Sätze aller religiösen Sektierer und Rechtgläubigen sind keine weitere Teilnahme geschenkt haben würden nachdem sie dieselben untersucht hätten aus den Zeiten her in welchen die Menschen daran gewöhnt waren an den Besitz der unbedingten Wahrheit zu glauben stammt ein tiefes Missbehagen an allen skeptischen und relativistischen Stellungen zu irgendwelchen Fragen der Erkenntnis man zieht meistens vor sich einer Überzeugung welche Personen von Autorität haben Väter Freunde Lehrer Fürsten auf Gnade oder Ungnade zu ergeben und hat wenn man dies nicht tut eine Art von Gewissensbissen dieser Hang ist ganz begreiflich und seine Folgen geben kein Recht zu heftigen Vorwürfen gegen die Entwicklung der menschlichen Vernunft Allmählich muss aber der wissenschaftliche Geist im Menschen jene Tugend der vorsichtigen Enthaltung zeitigen jene weise Mäßigung welche im Gebiet des praktischen Lebens bekannter ist als im Gebiet des theoretischen Lebens und welche zum Beispiel Goethe im Antonio dargestellt hat als einen Gegenstand der Erbitterung für alle Tassos das heißt für die unwissenschaftlichen und zugleich tatlosen Naturen Der Mensch der Überzeugung hat in sich ein Recht jenen Menschen des vorsichtigen Denkens den theoretischen Antonio nicht zu begreifen Der wissenschaftliche Mensch hinwiederum hat kein Recht jenen deshalb zu tadeln Er übersieht ihn und weiß außerdem im bestimmten Falle dass jener sich an ihn noch anklammern wird so wie es Tasso zuletzt mit Antonio tut Wer nicht durch verschiedene Überzeugungen hindurch gegangen ist sondern in dem Glauben hängen bleibt in dessen Netz er sich zuerst verfing ist unter allen Umständen eben wegen dieser Unwandelbarkeit ein Vertreter zurückgebliebener Kulturen Er ist gemäß diesem Mangel an Bildung welche immer Bildbarkeit voraussetzt hart unverständig unbelehrbar ohne milde ein ewiger Verdächtiger ein unbedenklicher der zu allen Mitteln greift seine Meinung durchzusetzen weil er gar nicht begreifen kann dass es andere Meinungen geben müsse Er ist in solchen Betracht vielleicht eine Kraftquelle und in allzu frei und schlaff gewordenen Kulturen sogar heilsam aber doch nur weil er kräftig anreizt ihm Widerpart zu halten denn dabei wird das zartere Gebilde der neuen Kultur welche zum Kampf mit ihm gezwungen ist selber stark Wir sind im Wesentlichen noch dieselben Menschen wie die des Reformations Zeitalters Wie sollte es auch anders sein Aber dass wir uns einige Mittel nicht mehr erlauben um mit ihnen unserer Meinung zum Siege zu verhelfen das hebt uns gegen jene Zeit ab und beweist dass wir einer höheren Kultur angehören Wer jetzt noch in der Art der Reformations Menschen Meinungen mit Verdächtigungen mit Wut Ausbrüchen bekämpft und niederwirft verrät deutlich dass er seine Gegner verbrannt haben würde falls er in anderen Zeiten gelebt hätte und dass er zu allen Mitteln der Inquisition seine Zuflucht genommen haben würde wenn er als Gegner der Reformation gelebt hätte Diese Inquisition war damals vernünftig denn sie bedeutete nichts anderes als den allgemeinen Belagerungszustand welcher über den ganzen Bereich der Kirche verhängt werden musste und der wie jeder Belagerungszustand zu den äußersten Mitteln berechtigte unter der Voraussetzung nämlich welche wir jetzt nicht mehr mit jenen Menschen teilen dass man die Wahrheit in der Kirche habe und um jeden Preis mit jedem Opfer zum Heile der Menschheit bewahren müsse Jetzt aber gibt man niemandem so leicht mehr zu dass er die Wahrheit habe Die strengen Methoden der Forschung haben genug Misstrauen und Vorsicht verbreitet so dass jeder welcher gewalttätig in Wort und Werk Meinungen vertritt als ein Feind unserer jetzigen Kultur mindestens als ein Zurückgebliebener empfunden wird In der Tat Das Pathos das man die Wahrheit habe gilt jetzt sehr wenig im Verhältnis zu jenem freilich milderen und klangloserem Pathos des Wahrheitssuchens welches welches nicht müde wird umzulernen und neu zu prüfen Übrigens ist das methodische Suchen der Wahrheit selber das Resultat jener Zeiten in denen die Überzeugungen miteinander im Fede lagen Wenn ich dem Einzelnen an seiner Wahrheit das heißt an seinem Recht behalten gelegen hätte so gäbe es überhaupt Wo aber bei dem ewigen Kampf der Ansprüche verschiedener Einzelner auf unbedingte Wahrheit ging man Schritt für Schritt weiter um unumstößliche Prinzipien zu finden nach denen das Recht der Ansprüche geprüft und der Streit geschlichtet werden könne Zuerst entschied man nach Autoritäten später kritisierte man sich gegenseitig die Wege und Mittel mit denen die angebliche Wahrheit gefunden worden war Dazwischen gab es eine Periode wo man die Konsequenzen des gegnerischen Satzes zog und vielleicht sie als schädlich und unglücklich machend erfand woraus dann sich für jedermanns Urteil ergeben sollte dass die Überzeugung des Gegners einen Irrtum enthalte Der persönliche Kampf der Denker hat schließlich die Methode so verschärft dass wirklich Wahrheiten entdeckt werden konnten und dass die Irrgänge früherer Methoden vor jedermanns Blick bloßgelegt sind Im Ganzen sind die wissenschaftlichen Methoden mindestens ein ebenso wichtiges Ergebnis der Forschung als irgendein sonstiges Resultat Denn auf der Einsicht in die Methode beruht der wissenschaftliche Geist und alle Resultate der Wissenschaft könnten wenn jene Methoden verloren gingen ein erneutes Überhandnehmen des Aberglaubens und des Unsinns nicht verhindern Es mögen geistreiche Leute von den Ergebnissen der Wissenschaft lernen so viel sie wollen Man merkt es immer noch ihrem Gespräche und namentlich den Hypothesen in demselben an dass ihnen der wissenschaftliche Geist fehlt Sie haben nicht jenes instinktive Misstrauen gegen die Abwege des Denkens welches in der Seele jedes wissenschaftlichen Menschen infolge langer Übung seine Wurzeln eingeschlagen hat Ihnen genügt es über eine Sache überhaupt irgendeine Hypothese zu finden dann sind sie Feuer und Flamme für dieselbe und meinen damit sei es getan Eine Meinung haben heißt bei ihnen schon dafür sich fanatisieren und sie als Überzeugung fürderhin sich ans Herz legen Sie erhitzen sich bei einer unerklärten Sache für den ersten Einfall ihres Kopfes der eine Erklärung derselben ähnlich sieht woraus sich namentlich auf dem Gebiete der Politik fortwährend die schlimmsten Folgen ergeben Deshalb sollte jeder man mindestens eine Wissenschaft von Grund aus kennengelernt haben Dann wüsste er doch was Methode heißt und wie nötig die äußere Besonnenheit ist namentlich namentlich den Frauen dieser Rat zu geben als welche jetzt rettungslos die Opfer aller Hypothesen sind zumal wenn diese den Eindruck des geistreichen hinreißenden belebenden kräftigenden machen ja bei genauerem zusehen bemerkt man dass der allergrößte teil aller gebildeten noch jetzt von einem Denker Überzeugungen und nichts als Überzeugungen begehrt und dass allein eine geringe Minderheit Gewissheit will jene wollen stark fortgerissen werden um dadurch selber einen Kraftzuwachs zu erlangen diese wenigen haben jenes sachliche Interesse welches von persönlichen Vorteilen auch von dem des erwähnten Kraftzuwachses absieht auf jene bei weitem überwiegende Klasse wird überall dort gerechnet wo der Denker sich als Genie benimmt und bezeichnet also wie ein höheres Wesen dreinschaut welchem Autorität zukommt insofern das Genie jener Art die Glut der Überzeugungen unterhält und Misstrauen gegen den vorsichtigen und bescheidenen Sinn der Wissenschaft weckt ist es ein Feind der Wahrheit und wenn es sich auch noch so sehe als deren Freier glauben sollte es gibt freilich auch eine ganz andere Gattung der Genialität die der Gerechtigkeit und ich kann mich durchaus nicht entschließen dieselbe niedriger zu schätzen als irgendeine philosophische politische oder künstlerische Genialität ihre Art ist es mit herzlichem Unwillen allem aus dem Wege zu gehen was das Urteil über die Dinge blendet und verwirrt sie ist folglich eine Gegnerin der Überzeugungen denn sie will jedem sei es ein belebtes oder totes wirkliches oder gedachtes das seine geben und dazu muss sie es rein erkennen sie stellt daher jedes Ding in das beste Licht und geht um dasselbe mit sorgsamem Auge herum zuletzt wird sie selbst ihrer Gegnerin der blinden oder kurzsichtigen Überzeugung wie Männer sie nennen bei Weibern heißt sie Glaube geben was der Überzeugung ist um der Wahrheit willen aus den Leidenschaften wachsen die Meinungen die Trägheit des Geistes lässt diese zu Überzeugungen erstarren wer sich aber freien rastlos lebendigen Geistes fühlt kann durch beständigen Wechsel diese Erstarrung verhindern und ist er gar insgesamt ein Denken der Schneeballen so wird er überhaupt nicht Meinungen sondern nur Gewissheiten und genau bemessene Wahrscheinlichkeiten in seinem Kopfe haben aber wir die wir gemischten Wesens sind und bald vom Feuer durchglüht bald vom Geiste durchkältet sind wollen vor der Gerechtigkeit knien als der einzigen Göttin welche wir über uns anerkennen das Feuer in uns macht uns für gewöhnlich ungerecht und im Sinne jener Göttin unrein nie dürfen wir in diesem Zustande ihre Hand fassen nie liegt dann das ernste Lächeln ihres Wohlgefallens auf uns wir verehren sie als die verhüllte Isis unseres Lebens beschämt bringen wir unseren Schmerz als Buße und Opfer dar wenn das Feuer uns brennt und verzehren will der Geist ist es der uns rettet dass wir nicht ganz verglühen und verkohlen er reißt uns hier und da fort von dem Opfer Altare der Gerechtigkeit oder hüllt uns in ein Gespinst von Asbest vom Feuer erlöst schreiten wir dann durch den Geist getrieben von Meinung zu Meinung durch den Wechsel der Parteien als edle Verräter aller Dinge die überhaupt verraten werden können und dennoch ohne ein Gefühl von Schuld der Wanderer wer nur einigermaßen zur Freiheit der Vernunft gekommen ist kann sich auf Erden nicht anders fühlen denn als Wanderer wenn auch nicht als Reisender nach einem letzten Ziele denn dieses gibt es nicht wohl aber will er zusehen und die Augen dafür offen haben was alles in der Welt eigentlich vorgeht deshalb darf er sein Herz nicht allzu fest an alles Einzelne anhängen es muss in ihm selber etwas Wanderndes sein das seine Freude an dem Wechsel und der Vergänglichkeit habe freilich werden einem solchen Menschen böse Nächte kommen wo er müde ist und das Tor der Stadt welche ihm Rast bieten sollte verschlossen findet vielleicht dass noch dazu wie im Orient die Wüste bis an das Tor reicht dass die Raubtiere bald ferner bald näher her heulen dass ein starker Wind sich erhebt dass Räuber ihm seine Zugtiere wegführen dann sinkt für ihn wohl die schreckliche Nacht wie eine zweite Wüste auf die Wüste und sein Herz wird des Wanderns müde geht ihm dann die Morgensonne auf blüht wie eine Gottheit des Zorns öffnet sich die Stadt so sieht er in den Gesichtern der hier Hausenden vielleicht noch mehr Wüste Schmutz Trug Unsicherheit als vor den Toren und der Tag ist fast schlimmer als die Nacht so mag es wohl einmal dem Wanderer ergehen aber dann kommen als Entgelt die wonnevollen Morgen anderer Gegenden und Tage wo es schon im Grauen des Lichtes die Musenschwärme im Nebel des Gebirges nahe an sich vorüber tanzen sieht wo ihm nachher wenn er still in dem Gleichmaß der Vormittagsseele unter Bäumen sich ergeht aus deren Wipfeln Wipfeln Laub Verstecken heraus lauter gute und helle Dinge zugeworfen werden wo die Geschenke aller jener freien Geister die in Berg Wald und Einsamkeit zu Hause sind und welche gleich ihm in ihrer bald fröhlichen bald nachdenklichen Weise Wanderer und Philosophen sind Geboren aus den Geheimnissen der Frühe sinnen sie darüber nach wie der Tag zwischen dem zehnten und zwölften Glockenschlage ein so reines durchleuchtetes verklärt heiteres Gesicht haben könne sie suchen die Philosophie des Vormittags